Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triegelbacher, Pörsel-Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. Thielers, Schnellsprecher, der sich heute Mühe gibt, nicht so schnell zu sprechen, damit ihr alle mitkommt. Und zwar, neues Jahr, neues Spiel für Wille, viel neues Glück, hat nichts mit Klipp zu tun, sondern ganz einfach mit Beständigkeit, mit Disziplin, mit Geradnätigkeit, mit Hintern in der Hose. Nachricht, ganz interessant, Andreas, pass auf, ich brauche den nächsten Termin bei dir, aber folgendes, ich habe davor unregelmäßig gegessen, schon tendenziell Richtung Low Carp gegessen und jetzt bin ich umgestiegen auf High Carp und ich habe sensationelle Formen aufgebaut. In 14 Tagen die Bombenfigur. Ich habe schon optisch extreme Fortschritte gemacht, das hätte ich nicht gedacht und das mit High Carp. Was sagst du dazu? Ich sage dazu, das besprechen wir hauptsächlich in unserer Beratungsstunde, aber jetzt kommt's, jetzt gibt es einen guten Tipp, jetzt kommen wir zum Thema Glycogenlager. Folgendes, dein Muskel ist so, ja, so ist er, okay. Und zwar zuvor unregelmäßig gegessen, gar keinen Sport, du hast wenig Sportvater gemacht, dein Muskel ist so. Ne, so, ne, okay, so, 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 so ganz klein. Okay, jetzt kommst du, fängst du da an Sport zu machen und du fängst an mehr Kohlenhydrate Kohlenhydrate zu essen. Was passiert? Nein, nicht der Muskel wächst. Hör mal, in 14 Tagen, in 14 Tagen Muskelzuwachst. Wie müsste ich aussehen nach 30 Jahren Training? Hm, genau so. Okay, das passiert in Glycogenlager, es sind auch intramuskuläre Glycogenlager, es gibt den Leber natürlich, natürlich einmal in Zubelag und in der Muskulatur. Das baut der Körper auf in das Glycogenlager. Warum? Weil es eine Schutzvorrichtung ist gegen Belastungen. Und was bedeutet das? Das, genau, der Muskel wird größer. Warum? Weil der Glycogen, das ist die Speicherform der Kohlenhydrate und das lagert er ein und dieser Zucker, der da eingelagert wird, der steht in Verbindung mit Wasser. Das heißt, die Zelle wird größer und der Muskel erscheint größer und die Haut wird gespannt. Und dann sagen wir, boah, ich habe Muskelmasse aufgebaut. In 14 Tagen unglaublich super Formveränderung. Das ist ein kleiner Urtum. Das ist der kleine Urtum, beziehungsweise eigentlich fast schon ein großer Urtum. Weil das ist keine echte Muskelmasse. So schnell wächst keine Muskelmasse. Das dauert schon noch ein bisschen länger. Also, immer Piano, eins nach dem anderen, Step by Step. Und da geht es auch nicht darum, was wir in zwei Augen erreicht haben, es geht darum, was man langfristig erreicht. Deswegen, Obacht, aufpassen, folgendes, am Anfang, wenn du natürlich, was du mir geschrieben hast, eine Riesenmenge an Kohlenhydrate zuführst und auch noch zugelassenen Kohlenhydrate, dann geht es bis zu einem gewissen Grad gut, weil jetzt nur die Speicher gefüllt werden müssen. Und wenn die laufen, überfüllt werden, laufen, hohe Insulinspiegel da ist, wird es früher oder später, weil du diese Menge an Kohlenhydrate nicht verbrauchst, das weiß ich, weil ich deine Körpergröße in deinem Berufsbild kenn und dein Bild gesehen habe, dann wirst du früher oder später nicht nur deinen angeblich größeren Muskel haben, sondern du wirst auch deine Schicht, deine Unterhaut, Fettschicht, die wirst du auch vergrößern. Da wirst du in den Gleitern sicherlich viel, viel breiter aussehen, aber im Schwimmbad, in der Badehose. Bezweifelt, wie es besser aussieht, deswegen aufpassen, nicht übertreiben mit der Kohlenhydratemenge, das muss angepasst werden aufs Berufsbild, auf dein Stoffwechseltyp, wenn du von Natur aus immer schon Probleme gehabt hast, dass du nach oben denkst, obwohl du nicht zu viel liest, ja sowas gibt es, dann heißt das aufpassen mit der Menge der Kohlenhydrate. In den ersten 14 Tagen passiert nichts, aber danach kann es passieren, genau deswegen, es war keine Muskelmasse. Aber demnächst klären wir das im 1 zu 1 Gespräch und dann wirst du wissen, wie es weitergeht. Das war's schon, Andreas Trienbacher, Pörsel Renas Karsol. Zum Thema, ist dein Muskel tatsächlich gewachsen oder war es nur der Zuckerspeicher? Meine Aufgabe.